So, heute verbessern wir mal ein bisschen Windows 11. Okay, verbessern ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir holen uns die Taskleiste, das Startmenü und den Dateimanager von Windows 10 und auch einige Funktionen von Windows 7 zurück. Sicher nicht alle Features, aber einige. Windows 11 ist im Großen und Ganzen ja brauchbar. Es war jetzt aber auch kein Quantensprung von Windows 10 auf 11. Leistungsmäßig ist da aus meiner Sicht kein großer Unterschied feststellbar. Leider wurden einige wertvolle Funktionen entfernt. Der Großteil ist im Grunde aber gleich geblieben. Alter Wein in neuen Schläuchen. Einigen wird das freshe Design von Windows 11 sicher gefallen. Meinem Geschmack entspricht es nicht. Ich wage mal die Behauptung, dass Microsoft hier versucht, wie schon bei Windows 8, das Betriebssystem wieder für die Nutzung auf Geräten mit Touchscreen zu pushen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Vor allem für Tablets ist Windows 11 sicher besser optimiert als Windows 10, da die Anordnung, Position, Größe und Abstände von Buttons, Auflistungen etc. großzügiger ausgefallen sind. Und so schlimm wie das Metro Design von Windows 8 ist es zum Glück nicht. Wer sich noch an dieses Desaster erinnern kann. Als Tablet PC Kompromisslösung ist Windows 11 gerade noch so passabel. Aber im reinen Desktop Betrieb ist das OS eher suboptimal. Über das Aussehen und den eingeschränkten Funktionsumfang der Taskleiste lässt sich ja noch debattieren. Aber das Startmenü ist übel. Das ist so und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Und im Dateimanager brauche ich auch keine Abstände in der Dateiauflistung, die so groß sind, dass man noch einen Kleinbus dazwischen parken könnte. Okay, einige dieser Standardeinstellungen lassen sich bei Windows 11 ja noch mit ein paar Klicks korrigieren. Aber viele Dinge eben nicht. Deswegen werde ich nun alles, was mir nicht gefällt, mit ein paar Programmen abändern. Als erstes korrigiere ich aber kurz die Dinge, welche mir nicht gefallen, sich aber noch in Windows 11 abändern lassen. Da hätten wir mal wie gesagt die großen Leerräume im Windows Explorer. Das lässt sich zum Glück leicht beheben. Man geht im Dateimanager einfach auf die drei Punkte, anschließend auf Optionen, klickt auf den Registeransicht und setzt bei Abstand zwischen Elementen verringern den Haken. Das Ganze noch mit OK übernehmen und schon ist die Auflistung kompakter. Ja, sieht doch gleich viel fäscher aus. Dann nehme ich Änderungen an der Taskleiste vor. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskbar. Anschließend auf Taskleisteneinstellungen. Da ändere ich sicher mal die Ausrichtung von zentriert auf linksbündig, auffindbar im Register Verhalten der Taskleiste. Und schwupps, schon ist der Startbutton wieder da, wo er auch hingehört. Ich bin eben alt und kann mit Veränderungen nur schwer umgehen. Dann nervt mich auch diese standardmässig zusammengefasste Ansicht bei geöffneten Programmen. Wenn ich da zwei oder mehr Instanzen bei einer App geöffnet habe, muss ich immer mit dem Mauszeiger über die Icons hauern, damit mir die offenen Tabs angezeigt werden. Lässt sich aber zum Glück auch beim Verhalten der Taskleiste einstellen. Dort einfach beim zweitletzten Punkt die Auswahl abändern von immer auf nie. Wer mehr als einen Monitor angeschlossen hat, macht dasselbe auch noch beim letzten Punkt des Registers. Für mich ist die Taskleiste gleich viel übersichtlicher so, obwohl immer noch ein gewisses Chaos von geöffneten und ungeöffneten Programmen vorhanden ist. Komplette Abhilfe könnte da höchstens noch ein manueller Eingriff in der Registry schaffen. Oder eben das erste Zusatzprogramm, welches ich nun runterlade und installiere. Es handelt sich um die kostenlose Software Explorer Patcher. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Wie man sehen kann, hat sich nach der Installation bereits etwas an der Taskleiste getan. Die Software muss sich anschließend noch ein paar Daten nachziehen, gibt aber nach kurzer Zeit per Infofeld bekannt, dass alles successfully abgeschlossen wurde. Wenn man jetzt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskleiste klickt, gibt es schon etwas mehr Auswahl als nur Taskmanager und Taskleisteneinstellungen. Hier gehen wir nun auf Eigenschaften. Dann öffnet sich das Einstellungsmenü vom Patcher. Die App ist leider nur auf Englisch verfügbar. Ist ja kein Problem, wir können ja alle fließend Englisch. Wer es nicht kann, kann ja Google Lens benutzen und sich den Text in Echtzeit übersetzen lassen. Na Google, war das genug Schleichwerbung? Sind wir wieder gut? Google und ich hatten vor kurzer Zeit nämlich etwas Beef. Haben mir die Kunstbanausen von YouTube doch glatt mein letztes Video gesperrt. Die künstliche Intelligenz von Google oder irgendein YouTube-Prüfer war der Ansicht, dass ich in meinem letzten Beitrag gegen die Community-Richtlinien verstoßen habe. Angeblich würde ich zeigen, wie man sich unberechtigterweise kostenlosen Zugriff auf Vollversionen von Software verschafft und somit die Richtlinie zu schädlichen und gefährlichen Inhalten missachtet hätte. Tja, hätte ich natürlich so hinnehmen und an einem Online-Training zur Verhaltensbesserung teilnehmen können, damit die Warnung nach 90 Tagen wieder gelöscht worden wäre. Das Video wäre aber weiterhin gesperrt gewesen. Da ich in meinem Beitrag nichts von dem gemacht habe, was mir zur Last gelegt wurde, habe ich natürlich umgehend Beschwerde eingereicht. Und angenommen, dass es jetzt einige Tage benötigt, bis ich eine Reaktion darauf erhalte. Aber keine 7 Minuten später kam die Antwort. YouTube gibt mir Recht. Oh, schön, danke. Viel Lärm um nichts. Nur unnötiger Aufwand meinerseits. Hey YouTube, wie schafft ihr es, innerhalb von 7 Minuten nach Beschwerdeeingang ein 20-minütiges Video genau zu prüfen und wieder freizugeben? Ist etwas kurios. Aber ich bin abgeschweift. Wo waren wir, Explorer-Patcher-Einstellungen? Nein, natürlich zeige ich hier kurz die wichtigsten Punkte, welche ausgewählt werden müssen. Im Register Taskbar. Da lassen wir den Taskbar-Style bei Windows 10. Wir wollen ja das alte Aussehen zurückhaben. Bei Customized Notification Area Icons kann man auswählen, dass stets alle Symbole von aktiven Anwendungen im Infobereich angezeigt werden. Wem es zuwider ist, stets auf das Circumflex drücken zu müssen, um die restlichen Symbole zu sehen, erhält hier die weggefallene Möglichkeit zurück, wieder alles, was da so aktiv ist, im Auge zu behalten. Den Rest im Register Taskbar kann man eigentlich so belassen, wie es ist. Auch im Register System Tray benötigt es keine Änderungen. Bei File Explorer kommt dann aber wieder ein sehr wichtiger Punkt. Es geht um das Kontextmenü von Windows 11. Wenn man mit der rechten Maustaste ein Programm, eine Datei oder was auch immer anklickt, kommt ja neu zuerst nur eine abgespeckte, touchscreenfreundliche Auflistung von Auswahl- und Bearbeitungsmöglichkeiten. Die vollständige Auflistung erscheint erst, wenn man auf weitere Optionen klickt. Dann kommt wieder die gute alte Windows 10 Auswahl. Wenn man hier nun den Punkt Disable the Windows 11 Context Menü aktiviert und auf Restart File Explorer klickt, wird künftig die abgespeckte Windows 11 Version übersprungen und gleich das volle Programm an Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Dies gilt dann aber nicht nur im Dateimanager, sondern systemweit. Die nächste Auswahl betrifft dann nur wieder den Windows Explorer. Es geht um das Auswahlmenü. Wem der neue Look gefällt, muss da natürlich nichts abändern. Wer jedoch gerne das alte Menüband von Windows 10 zurückhaben will, aktiviert und wählt das Control Interface Windows 10 Ribbon. Anschließend auf Restart File Explorer und schon ist das alte Menüband von Windows 10 zurück. Sonstige Anpassungen im Register File Explorer benötigt es eigentlich nicht. Im nächsten Register können wir dann endlich das total verhunzte Startmenü von Windows 11 loswerden. Dazu ändern wir den Style von Windows 11 auf Windows 10. Und schon haben wir auch hier das alte Menü zurück. Es enthält zwar nicht alle Funktionen von Windows 10, aber besser aussehen tut's auf jeden Fall. Bei Corner Preference können wir dann noch genauer einstellen, wie das Startmenü aussehen soll. Man kann es von der Taskleiste abgedockt mit abgerundeten Ecken haben. Angedockt an der Taskbar mit runden Ecken. Oder ganz klassisch, angedockt und eckig. Ich nehme natürlich die klassische Option. Ansonsten müssen wir hier nichts mehr abändern. Auch im Register Windows Switcher benötigt es nicht unbedingt eine Anpassung. Bei Weather kann, wer will, die Option Weather on the Taskbar aktivieren. Dann erscheint eine Anzeige mit dem aktuellen Wetter beim Infofeld. Und wenn man draufklickt, sieht man das Wetter der nächsten Tage. Kann man also aktivieren, muss man aber nicht. Die restlichen Register, Other, Updates, Advanced und About kann man eigentlich komplett unangetastet lassen. Zum Schluss drücken wir zur Sicherheit nochmals auf Restart File Explorer. Und die Einstellungen sind abgeschlossen. Nun haben wir im Infofeld wieder alle Symbole standardmäßig eingeblendet. Die Icons Netzwerk und Lautsprecher sind nun wieder separat auf der Taskleiste und haben auch die Flyout-Anzeige wieder zurück. Sind also nicht mehr im zusammengefassten Infofeld. Der Rest der Taskleiste ist aber mehr oder weniger noch gleich. Aber das ändern wir jetzt. Wir holen uns nämlich das Quick Launch Panel zurück. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste wieder auf die Taskbar, gehen anschließend auf Symbolleisten und wählen dann Neue Symbolleiste. Geben dann beim Fenster, das sich geöffnet hat, in der Adresszeile Prozent Appdata Prozent ein. Und drücken Enter. Klicken dann auf Microsoft Internet Explorer Quick Launch. Und zum Schluss noch auf den Button Ordner auswählen. Jetzt wurde die Quick Launch Leiste in der Taskbar hinzugefügt. Leider ist sie dort, wo sie jetzt ist, nicht zu gebrauchen. Deswegen wieder Taskleisten rechtsklick und die Option Taskleiste fixieren deaktivieren. Dann packen wir die Taskleiste und ziehen sie nach oben. Anschließend das Quick Launch Panel packen und das Ganze nach links ziehen. Dann kann die Taskleiste auch schon wieder runter. Mit einem Rechtsklick auf den Schriftzug Quick Launch können wir dann noch die Beschriftung vom Panel unter Textanzeigen und Titelanzeigen deaktivieren. Und bei Ansicht wählen wir die großen Symbole. Jetzt haben wir zwei Leisten mit Programm-Icons. Was ist der Unterschied? Nun, wenn man ein Programm auf der normalen Taskbar drückt, hier als Beispiel Firefox, öffnet sich das Programm. Ist ja klar. Will man aber eine zweite Instanz des Programms öffnen, kann man nicht einfach nochmal aufs Icon klicken. Da setzt man nur das geöffnete Programm in den Hintergrund oder holt es wieder zurück. Wenn man einen zweiten Prozess öffnen will, muss man mit der rechten Maustaste aufs Symbol klicken und dann aufs Icon in der Auswahlliste. Erst dann bemüht sich Windows, das Programm ein zweites Mal zu öffnen. Nicht so beim Quick Launch Panel. Da klicke ich einmal, zweimal, dreimal aufs Icon und schon sind drei Instanzen des Programms geöffnet. Oder auch hier beim Dateimanager einmal, zweimal, dreimal. Außerdem ist die normale Taskleiste viel wählerischer, was das Anheften von Objekten betrifft. Programme, also Exit-Dateien, sind kein Problem. Will man aber irgendein anderes Dateiformat an die Leiste anheften, wird sie voll zur Diva. Versucht man eine Bilddatei, eine Textdatei, einen Internetlink oder vielleicht einen Script anzubringen, hat man Pech. Geht einfach nicht. Hier scheint es die Scriptdatei zwar angenommen zu haben, aber wenn man draufklickt, öffnet sich nur das dazugehörige Programm. Nicht das eigentliche Script selbst. Die Quick Launch Leiste ist da nicht so zickig. Die frisst fast alles. Bilddateien, Textdateien, Links, Skripte, geht alles. Und alles wird auch problemlos geöffnet. Selbst die Scriptdatei konnte gestartet werden und läuft jetzt tadellos im Hintergrund. Deswegen löse ich jetzt alle angehefteten Programme von der Taskleiste. Weg, weg, hinfort und tschüss. Jetzt habe ich nämlich eine Leiste, von der ich meine wichtigsten Programme und Dateien starten kann. Und in der Taskleiste werden nur noch die geöffneten Programminstanzen angezeigt. Das ist tausendenmal schöner und übersichtlicher. Aber das ist jetzt natürlich meine Meinung. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch etwas Farbe. Das machen wir in den Einstellungen unter dem Punkt Personalisierung. Oder Rechtsklick auf eine freie Fläche auf dem Desktop und dann Anpassen wählen. Anschließend auf Farben. Microsoft typisch kann man ja nicht einfach das helle Design behalten und einfach das Startmenü, die Taskleiste und das Infocenter mit einer bestimmten Farbe ausstatten. Die Möglichkeit zur Farbänderung bleibt beim hellen Design gesperrt. Nur beim Dark Mode kann man diese Auswahl treffen. Aber dann ist natürlich auch der Fensterinhalt dann dunkel. Wenn man also gerne hellen Fensterinhalt und farbiges Drumherum hätte, muss man auf Benutzer definiert gehen, den standardmäßigen Windows-Modus auf dunkel und den App-Standard-Modus auf hell setzen. Den Transparent-Effekt deaktivieren, die gewünschte Farbe auswählen und beide Optionen unter Akzentfarbe aktivieren. Erst dann lässt Windows die Taskleiste und so in der gewählten Farbe erstrahlen. Und der Fensterinhalt bleibt hell. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Jetzt komme ich nochmal auf den Dateimanager zurück. Ab Werk öffnet er ja immer im Home- bzw. Startverzeichnis. Wenn man mehrere Datenträger am System angeschlossen hat, ist es jedes Mal ein unnötiges Gescrolle und Geklicke, bis man beim gewünschten Verzeichnis ist. Das lässt sich aber natürlich auch optimieren. Dazu geht man im Ordner Ansicht auf Optionen und ändert beim Register allgemein die Option Dateiexplorer öffnen für von Start auf dieser PC. Bei Datenschutz sollten alle Elemente deaktiviert werden. Im Register Ansicht blättert man ganz nach unten und setzt bei allen Elementen unter dem Punkt Navigationsbereich den Haken. Das Ganze mit OK bestätigen und den Dateimanager mal schliessen. Beim nächsten Start des Programms müsste die Ansicht etwa so aussehen. Der Explorer startet nun beim Punkt dieser PC. Und alle Datenträger, so wie die verbundenen Netzlaufwerke, sollten jetzt sofort ersichtlich sein. Wenn man einen Ordner öffnet, müsste sich auch das Baumverzeichnis links automatisch um die im Verzeichnis liegenden Unterordner erweitern. Ich finde das praktisch, es erleichtert mir die Navigation durch die ganzen Verzeichnisse. Muss aber natürlich nicht jedem gefallen. Wer wie ich die eigenen Daten nie in den von Microsoft bereitgestellten Standardordnen speichert, sondern immer auf einem separaten Datenträger, möchte wahrscheinlich auch, dass der Dateimanager jeweils gleich das persönliche Verzeichnis öffnet. Das geht ganz einfach. Man klickt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop, geht auf Neu, wählt Verknüpfung und gibt beim Speicherort des Elements folgendes ein. C-Doppelpunkt-Backslash-Windows-Backslash-Explorer-Punkt-Exe Dann einen Abstand und in Klammern gibt man den gewünschten Einhängepunkt ein. In meinem Fall ist dies das Laufwerk E, also Klammer-E-Doppelpunkt-Backslash-Klammer. Dann auf Weiter klicken, der Verknüpfung noch einen Namen geben und anschließend fertigstellen. Und schon hat man, wenn man auf das Icon klickt, einen Windows Explorer, welcher umgehend im definierten Verzeichnis startet. Diese Verknüpfung kann man dann natürlich auch wieder an die Schnellstartleiste anheften. Und die ganz Mutigen können jetzt auch noch die Einträge der Standardordner im Baumverzeichnis entfernen. Die Ordner werden dabei nicht gelöscht, nur die Anzeige in der Baumansicht entfernt. Das geht aber nur über die Registry. Die öffnen wir über die Suchleiste in der Taskbar. Dort geben wir ein und drücken Enter und geben dem Programm die Genehmigung zur Bearbeitung. Anschließend geben wir folgenden Pfad in der Adressleiste ein. Falls YouTube nichts dagegen hat, sollte sich die Zeile auch in der Beschreibung befinden. Den Pfad bestätigen wir noch mit Enter. Nun klicken wir mit der rechten Maustaste auf Namespace underscore 36354489 und dann auf Exportieren. Hier schauen, dass im Exportbereich nur ausgewählte Teilstruktur aktiviert ist. Dann geben wir dem Ganzen einen hübschen Namen und suchen uns im Ablagesystem ein lauschiges Plätzchen, wo wir die Datei speichern können. Das war jetzt rein zur Sicherheit, damit wir ein Backup dieses Teilbereichs der Registry haben, bevor wir etwas abändern. Was wir jetzt natürlich tun. Wir löschen nämlich alle Unterordner bei Namespace underscore 36354489. Das machen wir bei jedem Ordner einzeln, rechte Maustaste und dann löschen. Und schon sehen wir in Echtzeit die Standardordner im Baumverzeichnis verschwinden. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Standardordner sind weg und man gewinnt wertvollen Real Estate in der Baumansicht. Also gelöscht sind die Ordner ja wie gesagt nicht. Wenn man auf Bibliotheken oder seinen persönlichen Ordner geht, sind sie immer noch verfügbar. Trotzdem noch ein Wort der Warnung. Diese Aktion in der Registry wirkt sich auf alle User des Computers aus. Wenn es sich also um einen Familien-PC mit mehreren Accounts handelt, dann vielleicht besser sein lassen. Im Notfall könnte man jedoch mit der vorhin gespeicherten Datei die Struktur wiederherstellen. Einfach einen Doppelklick auf die Datei, die Berechtigung geben und den anschließenden Hinweis mit Ja beantworten. Und schon hat man die Struktur zurück. So, jetzt habe ich aber auch noch eine Frage an die Community. Wenn ich im Dateimanager die Ansicht, kleine Symbole, Inhalt oder Liste wähle, ist da links bei den Ordnern und Dateien immer ein großer Abstand. Das Ganze ist nicht linksbündig. Kann mir jemand sagen, wie ich das korrigieren kann? Besten Dank im Voraus für eure Hilfe. So, wer mit der Taskleiste und dem Windows 10 ähnlichen Startmenü zufrieden ist, der hat es eigentlich geschafft. Wer aber noch ein bisschen mehr aus dem Startmenü rauskitzeln will, der kämpft sich noch durch die letzten Minuten des Videos. Als nächstes holen wir uns nämlich die Software OpenShell. Den Link dazu packe ich ebenfalls wieder in die Videobeschreibung. Auch dieses Tool ist in der aktuellen Version leider nur auf Englisch verfügbar. Aber wirklich viele Einstellungen müssen wir hier gar nicht tätigen. Runterladen, installieren und dann klicken wir uns durch den Installationsassistenten. Geschäftsbedingungen nach genauem Durchlesen akzeptieren. Bei Custom Setup deaktivieren wir die Punkte Classic Explorer und Classic IE. Die Funktionen, welche der Classic Explorer mit sich bringen würde, haben wir bereits durch den Explorer Patcher abgedeckt. Und Classic IE wird schlichtweg nicht mehr benötigt. Wir brauchen nur OpenShell Menü und OpenShell Update. Dann klicken wir auf Next, Install und Ja. Und schon ist die Installation abgeschlossen. Wenn wir jetzt auf den Startbutton klicken, sieht das Menü in etwa so aus. Macht erstmal keinen guten Eindruck, aber das werden wir umgehend ändern. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf den Startknopf und gehen dann auf Einstellungen. Jetzt gibt es hier drei Möglichkeiten für das Aussehen der Startmenüs. Klassisch, Klassisch mit zwei Spalten und Windows 7 Style. Hier wählt man das, was einem am besten gefällt. Ich nehme mal Classic with two columns. Anschließend geht man in das Register Skin. Hier kann man nun das Aussehen genauer bestimmen. Man kann auswählen zwischen No Skin, Classic Skin, Full Glass, Immersive, Metro, Smoked Glass, Windows 8, Windows Aero, Windows Basic und Windows XP Luna. Auch hier wieder das Design wählen, welches einem am besten gefällt. Beim obersten Punkt hier, Startmenü Windows, kann man wieder auf das Windows 10 Menü zurück wechseln. Aber nur bis zum nächsten Klick auf den Startbutton. Dann erscheint wieder der soeben eingestellte Look. Im neuen Startmenü aller Windows 7 sind die Programme und Apps getrennt aufgeführt. Also quasi eine Aufteilung zwischen den Tools, die vom Netz, einem USB-Stick oder woher auch immer installiert wurden. Und dem Zeugs, das aus dem Microsoft Store stammt. Das war jetzt aber eine sehr vereinfachte Erklärung. Ebenfalls separat aufgeführt sind die PC-Einstellungen und die Systemsteuerung. Wer Windows 7 noch kennt, dem muss sich die Systemsteuerung wohl nicht erklären. Wer es nicht kennt, die Systemsteuerung war früher das, was die Windows-Einstellungen heute sind. Eigentlich habe ich bei der Ankündigung von Windows 11 damit gerechnet, dass die Systemsteuerung komplett wegfallen würde und alles in den Einstellungen zusammengefasst wird. Dem war aber nicht so. Für einige Sachen muss auch im neuen Betriebssystem immer noch auf die Systemsteuerung zurückgegriffen werden. Zum Beispiel um den Windows-Schnellstart zu deaktivieren. Dass das alles immer noch nicht aus einem Guss kommt, ist für mich einer der vielen Gründe, was Windows 11 im Grunde nur zu einem aufgepeppten Windows 10 macht. Es ist einfach unausgereift und überflüssig. Aber da die Systemsteuerung nun eben noch da ist, bin ich froh, dass ich diese, wenn ich sie dann brauche, mit dem Ersetzen-Startmenü direkt ansteuern kann. Auch das Herunterfahren, Neustarten, Abmelden und so ist im OpenShell-Startmenü in einer Kategorie zusammengefasst. Das Menü verfügt ebenfalls über eine Schnellstartleiste, in der wie beim Quick Launch Programme oder Dateien angehängt werden können. Praktisch in Kombination mit dem Quick Panel, denn Verknüpfungen, die unten nicht mehr Platz haben, können hier abgelegt werden. Anstatt den Desktop mit Icons zuzumüllen. Tja, das war es eigentlich mit dem OpenShell-Startmenü. Es gäbe hier noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten, aber mir fehlt die Zeit und das Video ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Okay, das waren für mich eben ein paar Dinge, welche mir an Windows 11 nicht gefallen haben, sich aber noch mit ein paar Klicks und zwei kostenlosen Programmen beheben ließen. Was die Tools betrifft, da gibt es im Netz natürlich auch Alternativen zu finden, manche sogar auf Deutsch. Diese sind dann aber meistens kostenpflichtig. Solche Tools machen natürlich immer Eingriffe in den Untiefen von Windows. Will heißen, dass damit Programmcodes abgeändert werden, welche im schlimmsten Fall nicht mehr oder nur mit viel Aufwand rückgängig gemacht werden können. Worst-Case-Szenarios können auch komplette Systemabstürze oder Blockaden sein. Deshalb gilt wie immer Download, Installation und Nutzung der Programme nur auf eigenes Risiko. Wem es nicht sicher genug ist, soll die Finger davon lassen. Gilt jetzt nicht nur für die Apps, sondern auch für die gezeigten Aktionen. Noch etwas, wenn Microsoft Updates oder eine neue Windows-Version raushaut, wie jetzt kürzlich das Update von 22H2 auf 23H2, ist es gut möglich, dass am Systemcode was geändert wurde. Und die Patcher-Tools danach nicht, nicht mehr korrekt oder nur eingeschränkt funktionieren, da sie noch nicht auf die Änderungen von Microsoft angepasst sind. Meistens wird das von den Machen der Software, innert ein paar Wochen dann auch wieder über ein Software-Update bereinigt. Aber versprechen kann ich es natürlich nicht. So, das war es jetzt aber. Danke fürs Dabeisein, Servus, macht's gut und bis demnächst.